Schön, meine Damen und Herren. Ich habe für Sie einen ganz wunderprächtigen, schönen Fall vorbereitet. Ich versuche Ihnen das jetzt mal ein bisschen auszumalen. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie zu Hause, Sie kommen nach Hause, Sie kommen wirklich nach Hause von einem langen Arbeitstag. Sie haben sich nochmal einen Tee aufgesetzt, vielleicht auch ein Käffchen, wenn Sie sehr gut mit Koffein klarkommen. Und das hat sich jetzt so richtig in Ihnen aufgebaut. Sie wollen sich an Ihren Computer setzen. Sie lassen sich in den Sitz fallen. Sie atmen wirklich ganz, ganz tief durch und lassen sich so richtig fallen und kommen in dem Moment. Sie kommen an. Dazu essen Sie noch ein kleines Öpsterle, vielleicht auch ein Stück Kuchen. Sie lassen das so richtig schön durchsacken. Sie nehmen die Hand, legen Sie an die Maus, meinetwegen auch an Trackball, wenn Sie ganz verrückt sind. Oder vielleicht auch auf das Touchpad, wenn Sie Apfelbenutzer sind. Sie fahren so mit den Fingern durch die Gegend und Sie klicken auf eine Hyperverlinkung. Und diese Hyperverlinkung öffnet eine Seite für Sie. Und voller Vorfreude warten Sie darauf, was Ihnen Ihre Freunde für eine wunderschöne Sache geschickt haben, um sich einfach mal wieder so richtig weg zu kegeln und herzlichst zu lachen. Und an dieser Stelle setzt genau dieser Film für Sie ein. Das war der wunderschönste Fall, den ich jemals behandeln durfte. Und wissen Sie was? Vor zwei Tagen, als die Akten vorbereitet wurden, war dieser Film noch da. Und ich habe trotzdem noch Content draus gemacht. Trotzdem noch Content draus gemacht. Maximale Verwertung. Alles gut, Geil dir? Haben wir alles geklärt? Das ist belastend? Wieso? Das war doch sehr schöner Content gerade. Oder möchte jetzt jemand sagen, dass das kein guter Content war? Hä? Möchte jemand sagen, dass das kein guter Content war? So trete er vor. Meine Damen und Herren, keiner sagt was. Gut, ich merke mir das. Ich merke mir das. Meine Damen und Herren, es geht aber auch heute wirklich zur Sache. Es geht wirklich zur Sache. Valencia ist heute der Ort to be. Jeder will in Valencia sein. Jeder. Gibt es da was umsonst, ist hier die Frage. Und ja, es ist halt immer noch in Valencia, warten Sie kurz, Black Friday. Es ist Black Friday. Und nein, wir sind jetzt gerade nicht dabei, dass die Ampel umschaltet. Nee, nee, wir sind schon ein bisschen weiter. Wir sind schon fast an dem Punkt, wo wir zu der Einkaufsstätte kommen, wo wir wunderschöne Sachen kaufen können mit maximalen Prozenten. Maximale Prozente fragen Sie sich. Wo kriegen Sie wohl maximale Prozente? Leute, das ist gar kein Problem. Schauen Sie mal bitte bei dizzy.tv auf die Internetseite. Und dann können Sie bei support.me schauen, wo Sie noch ein paar Prozente sparen können. Wir würden uns sehr freuen. Kommen wir zurück zur eigentlichen Sendung. Black Friday in Valencia. Am Donnerstag, wohlbemerkt. Ist es heute Donnerstag? Mittwoch? Mittwoch. Am Mittwoch habe ich natürlich gesagt. Was reden Sie da für ein Zeug? Für ein Wirres. Und bei YouTube ist es sogar noch später. Heute ist übrigens für YouTube, hallo, bei dem Tag der Aufnahme ist der 6. der 3., nur damit ihr das Zeitgefühl nicht verliert. Ja, ich verstehe das, wenn man Videos guckt und also. Wir sind in Valencia. Es ist sehr enge und es wird auch immer enger. Und wir haben mal wieder die wunderschöne Zwieback-Säge für Sie da. Schönste Geräusche erklingen für Sie. Eventuell, aber wirklich nur eventuell, haben Sie heute sowas schon mal gesehen. Und mit diesen Worten geht's rein. In das Material. Und jetzt fragen Sie sich, warten Sie mal kurz, Herr Juttke. Da war doch vorher schon irgendwie ein oranges Fahrzeug. Wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Könnte es sein, dass wir einen Taucher aus der dritten Reihe hatten? Der kam von ganz weit unten. Der hatte aber mehr Sauerstoffflaschen auf. Aber schauen wir mal rein. Schauen wir mal rein. Man denkt sich so, na, der Orange wird's ja machen. Aber sehen Sie schon das leichte Grau aus dem Dunkel kommen? Mh, da leuchten schon die Augen. Da wird auch gleich noch mal energisch mit Lichtsignalen zu verstehen gegeben. Aha, hier ist aber irgendwas nicht richtig. Und da war so einiges nicht richtig. Hier haben wir es gerade noch mal zu sehen aus der Sicht des Stuttgarters. Anhand der Reaktion, sind wir mal ganz ehrlich. Anhand der Reaktion, wenn wir das jetzt mal, wenn wir so alle mal in uns gehen und uns das nochmal ganz genau angucken, anhand der Reaktion des Porsches, so fühlt sich das übrigens auch an, Videos aufzunehmen für YouTube, anhand der Reaktion des Porsches würde ich fast behaupten, dass das nicht mal gewollt war, sondern eher zum Schutz des Lamborghinis diente, damit er dem nicht hinten reinfahren wollte. Er wollte den, glaube ich, gar nicht diven und hat jetzt reagiert und hat das Auto auch nicht zum Bremsen gekriegt, aber hat sich nachher am Ende gedacht, weißt du was, scheiß der Hund drauf, ich war einfach weiter. Aber hier hat es gekracht, gucken sie. Oh, das sieht schon ein bisschen energisch aus, ne? So ein bisschen. So ein bisschen sah es schon energisch aus. Das ist übrigens Runde 1, meine Damen und Herren. Ist Runde 1. Ich glaube auch nicht, dass er vergessen hat, dass er eine Kurve ist. Ich würde wirklich aus dem Bauch raus sagen, dass er nicht beabsichtigt aus. Das war mehr so, ich will dem anderen nicht hinten reinfahren, weil, ups, ich war doch ein bisschen schnell. Oder vielleicht doch. Ich kann es wirklich nicht einschätzen. Aber man sagt ja immer, im Zweifel für einen Angeklagten, ne? Strafe kriegt er so oder so, weil so ein Dive-Bomb aus der dritten Reihe. Puh, 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 puh. Und das noch in der ersten Runde. Ai, 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 ai. Da weht aber ein eiskalter Wind durch dein Safety-Rating. Ho, ho. So ein kalter Wind, dass du beim Erfrieren minus ein Safety-Rating verloren hast. Weil es ist nämlich einfach causing a collision in Lab 1. Uuuuuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui spare ihnen das ganze Geseier und Gelöte, das haben sie heute schon mal gesehen. Und wir haben es nicht gesehen. Wir haben es nicht gesehen, aber wir, die haben es gesehen und alle haben es gesehen und es kann ja wohl bitte nicht Warstein sein. Was soll denn das heute hier? Mando, 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 Mando. Vielleicht haben wir beim nächsten ja beim nächsten Potpourri nochmal ein bisschen Glück. Und ich hab mich so sehr gefreut, weil es wieder, äh, es war die brennende Axt, aber meine Damen und Herren, wir haben Glück, wir gehen nochmal in die brennende Axt rein. Und das Schöne ist an der ganzen Sache, wir sind nicht und ich wiederhole, wir sind nicht im GT3 unterwegs. Wir sind wahrscheinlich in der schönsten und erotischsten Fahrzeugklasse auf dem ganzen Planeten unterwegs. Ich habe da so einige Menschen in meinem Team, die lieben die über alles. Und ich weiß auch warum. Ich glaube, sie möchten sich in ihren jungen Jahren nochmal wie Rentner fühlen. Sie möchten sich nochmal wie Rentner fühlen, wie ihre Autos, die sie im realen Leben durch die Gegend bewegen. Mit ungefähr 10 PS und so durch die Kurve fahren. Und wir sind in Englando unterwegs. Heute mal kein regnischer Tag in Englando. Alles super schön aufgedeckt am Himmel mit einem bisschen Sonne. Der Asphalt ist warm. Der Grip ist da. Alleine unterwegs. Niemand weit und breit zu sehen. Dachtest du dir? Und mit diesen Worten würde ich jetzt hier für sie nochmal das Material abspielen und folgendes ereignete sich. Das ist schon sehr strammes Handgemenge. Das ist schon wirklich sehr strammes Handgemenge hier. Aber man muss wirklich dazu sagen, in diesem Fall, wenn man sich das jetzt so anguckt, ist er schon daneben. Also er hält seine Linie, fährt die Kurve, macht und tut und der Alpin fährt immer näher an ihn ran. So, jetzt ist ja, jetzt fragt man sich wieder, was macht man denn jetzt damit? Also im Grunde genommen, was würden sie denn sagen? Alpin hätte das sehen müssen. Die Tür war aber auch auf. NFR. Alpin hat Schuld. Rennunfall. Boah, wir sind uns so schnell einig. Keine Diskussion. Gar nichts. Wir gehen einfach so rein. Du, wir sollten einfach alle vor Gericht gehen. Spitzmäßig. Gut, dann quatschen wir halt nicht darüber. No further action. Leck mich doch am Arsch. Warum ist denn die Jury auf einmal so schlau geworden die letzten Jahre? Was soll denn das jetzt hier? Ich dachte, wir diskutieren jetzt hier 80 Stunden rum, aber müssen wir ja gar nicht. No further action. Schieß ab den Flumi. Gut. Ey, ist doch alles in Ordnung. Nee, dann machen wir einfach Jutke Dizzy nicht mehr. Ich mach die Felder auf, lass die ablaufen und sie entscheiden das. Wir müssen ja hier keinen Lehrauftrag mehr geben. Gut. Oh Gott, wenn ich das schon wieder höre, dann wird mir ja schon wieder ganz anders hier in Japan. Ich möchte hier ganz kurz anmerken, wir sind gerade in Japan unterwegs. Es ist ausnahmsweise mal nicht grau am Himmel. Nö, es ist ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint, der Windel bläst. Mit wunderschönen Blick auf das Riesenrad und es geht auf eine wunderschöne breit gefächerte Straße. Und man denkt sich immer bei einer breit gefächerten Straße, was soll denn schon passieren? Aber die Rotplaketten werden uns heute wieder mal eines Besseren belehren. Was kommt denn nach so einer langen, geraden Straße in Japan? Das finden Sie jetzt raus, wenn ich für Sie das Videomaterial abspiele. Sie werden sich wundern. Nice catch, by the way. Schön das Auto eingefangen. Aber das gibt natürlich jetzt dem Ferrari ein bisschen Geschwindigkeit. Und jetzt fragen Sie sich mal, wer macht denn hier bei wem du, du, du? So, nachdem Sie jetzt den Film gesehen haben, der Porsche hat den Ferrari angezählt. Wenn Sie sich das jetzt, Sie haben das ja jetzt in Kurzform gesehen. Sie haben ja, die meisten von Ihnen haben 80 Semester Jura studiert. Was ist denn jetzt hier so das Endergebnis? Haben Sie das schon gesehen in den einen, in der einen Minute, sagen wir einfach in den 62 Sekunden? Tatsächlich ist die Jury heute einfach viel zu schlau. Die Jury ist heute viel zu schlau. Passen Sie auf, um Ihnen das mal ganz kurz zu erklären. Da draußen. Also der Ferrari hat auf jeden Fall erst mal kein so gutes Internet. Okay? Das lassen wir jetzt aber hier mal außen vor, weil das nicht dazu führt, dass hier das entsteht, das entsteht. Wir lassen das jetzt mal auf 0,25 laufen. Folgendermaßen, das kann alles passieren, ist aber netcode. Der Porsche kann das erhalten. So, pass auf. Der Porsche bremst jetzt hier. Also normalerweise würde ich sagen, bremst man hier. schon sehr spät. Und was der Porsche hier macht ist, der Porsche bremst nicht geradeaus runter, sondern der bremst schräg rein. Und der Ferrari bremst geradeaus runter und nicht schräg rein. Das heißt also, irgendwann, wenn wir zum Beispiel in Geometrie in der Schule aufgepasst haben, werden wir feststellen, dass wir dadurch irgendwann einen Schnittpunkt erreichen. Und dieser Schnittpunkt ist der Punkt der Kollision. Mann, habe ich in Geometrie gut aufgepasst. Einige von ihnen da draußen definitiv besser als ich, aber es ist eine schöne Analogie. Hier aber an der Stelle kann man sehen, dass der Ferrari geradeaus runterbremst und der Porsche einfach schräg rüber. So, jetzt ist halt die Frage, ist der Porsche selber schuld, dass er schräg runterbremst, weil er außer Acht lässt, dass neben ihm ein Fahrzeug ist? Oder ist der Ferrari schuld, weil er einfach geradeaus runterbremst? Weil Platz ist genug da. So, weil wenn wir jetzt mal gucken, Ferrari so einen Winkel, Porsche so einen Winkel, das kann halt nicht funktionieren. Da kommt es halt zu Reibereien. Also an dieser Stelle ist das hier ein, äh, ja, No-Förder-Action. Gibt kein, äh, ist halt ein Rennunfall. Das, die, die Suppe hat sich der Ferrari hier an der Stelle, sag ich schon, der Porsche selber eingebrockt. Also, falls neben ihm einer ist, müssen sie auch immer noch auf ihren Nebenmann ein bisschen achten. Das ist hier kein, äh, Ein-Mann-Sport, weil auf der Strecke sind wir alle da. Und müssen halt auch ein bisschen auf uns aufpassen. No-Förder-Action. Abgeschlossen, den Flummi. Jochen Graff. Ja. Mal. 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 Vielen Dank.